Ich bin hier auf der Ideen-Expo und ich bin sehr, sehr begeistert. Hier findest du wirklich Sachen, die habe ich noch nirgendwo anders gesehen und du wirst auch ein bisschen mehr an die Berufe herangeführt und es ist schon sehr, sehr smart gemacht von den einzelnen Ständen und auch sehr, sehr kreativ. Mein Traum war es immer YouTuber zu werden oder sowas, was ich jetzt mache, zu werden. Jetzt ist es soweit und es ist toll und es ist schön, aber am Ende sollte man sich immer was Festes suchen, immer eine Lehre machen oder ein Studium oder irgendetwas, worauf man Bock hat und ich finde zum Beispiel die Ideen-Expo zeigt das ja super, was halt zu dir passen könnte. Hey Leute, Falco Pantsch hier. Wenn ihr hier vorbeikommen wollt, tut es, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr berufmäßig machen sollt nach der Schule oder so, hier findet ihr wirklich alles und ihr könnt überall reinschnüffeln. Ich habe sehr, sehr viel Spaß, ich hoffe ihr auch und wir sehen uns vielleicht hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.